...spielt Thomas Hulitz am Start 3 Punkte, sein erstes Ergebnis auf der zweiten Bahn mit dem... ...der Staffel, glaube ich, kennzeichnet, dann ist er noch einen Ziegler bisher. Auf der dritten Bahn mit dem weißen 0, Matthias Schulz, auch einen Punkt im ersten Lauf erfahren. Außen steht Erik Riss und er hat noch keine Ziele erfahren können. Ja, der M ist der Erste, der vorzieht. Alle schauen sich gegenseitig an. In diesem Fall ist Danislaw Melnitschuk aus der U-Fahrt-Biene. Der hat ein Einsing und ich will nicht ausgehen. Wir brauchen medizinische Unterstützung und hoffen, dass Danislaw Melnitschuk einen schweren Einschlag ist. Wir sind dankbar, dass wir die medizinischen Unterstützung haben und wissen, dass sich Danislaw Melnitschuk jetzt gekümmert wird und das ist das Wichtigste.